Im Umfeld der Engelsburg eindringen, ins Umfeld der Engelsburg eindringen und den Papst in den päpstlichen Gemächern konfrontieren. Nicht entdeckt werden. Rodrigo Borja. So, ich warte hier nur mal kurz, falls irgendwo auf den Dächern einer war und das gesehen hat. Dem scheint aber nicht so. Aber da oben scheint irgendwo einer zu sein. Der stört mich eigentlich schon jetzt. Und jetzt ist es hier total ruhig. Nicht mal mehr Musikhammer. Das ist der Tote, der mir da angezeigt wird noch. So, ich muss da hoch irgendwie. Auf geht's, Rodrigo. Dich holen wir uns als erstes und Cesare als zweites. Komm her, Freundchen. So, wir verstecken uns hier dahinter. Dann merkt das niemand und packen die Armbrust aus. Und Tschüss. Wüsste ich doch, dass hier oben einer war. Das hat mir die Karte gezeigt. So, Armbrust. Jawohl, der hat Armbrustbolzen. Und zweimal Medizin. Das kriege ich auch wieder voll direkt. Ist aber schon wieder relativ einfach, hier einzudringen, muss ich sagen. Ziemlich einfach. Ach, warum ist es eigentlich immer so einfach, in die wichtigste Burg im Vatikan einzudringen? Kann mir das mal jemand verraten? So, erstmal schauen. Das sind gar keine Wachen. Was ist los? Da drüben sind welche. Da sind vier dafür. Da kommt Cesare. Ich muss den Papst sehen! Seine Heiligkeit wartet oben in der Burg, in seinen Gemächern. Geh mir aus dem Weg! Ganz ruhig, ey. Okay. Das heißt, wir könnten sogar, wenn er sich jetzt mit Rodrigo trifft, beide auf einmal holen. Das wäre natürlich perfekt. So, hier war doch eben noch ein... Was macht der da? Ach, Junge, Junge, Junge. Wollte doch sagen, hier war doch eben noch einer. Komm schon, anvisieren, anvisieren, anvisieren. Zack. Das war er. Gut, wir drängen weiter in die Engelsburg ein. Es ist gerade so ruhig. Ohne Musik, muss ich sagen. Es ist fast schon wieder ein bisschen creepy. Ich gucke, Herr Blau, jetzt mal kurz, ob man hier irgendwo das Teil sieht. Da ist es! Dann kann ich das direkt mal mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin. Wenn ihr da drüben, wollte ich eh gerade hinspringen. Wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich das gleich mit. Und Rinder. Cool, da haben wir jetzt alle 10. Hier direkt mal nebenbei geholt. Schön, schön, schön. So, einmal wieder raus wieder. Machen wir alles später noch. Jetzt ist Cesare wichtiger. Ja, ich weiß, dass ich jetzt alle 10 habe. So, wo bin ich jetzt, ist die Frage. Hier oben drauf. Na, das ist natürlich gut. So, okay, erstmal wieder da rüber. Der ist ja hoffentlich immer noch tot. Super. So, jetzt kommt der Teil da drüben. Der dürfte ein bisschen tricky werden. Und Schiss! So, da drüben ist auch noch einer. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass der mich nicht auf einmal entdeckt. Kaum schon. Ist das ein Einzelner? Ja, es ist ein Einzelner. So, auch wenn die da unten jetzt eventuell aufmerksam geworden sind. Das ist eine ziemlich Wurst. So, nur so zur Sicherheit schalte ich den mal aus. Hier ist ansonsten keiner. Und weil der Armbrustbolzen hat. Auf jeden Fall. Der hat ja eine Armbrust. Komm schon. Ich möchte seine Armbrustbolzen. So, Cesare, gleich haben wir dich. Damit hättest du nicht gerechnet, hä? Den da drüben holen wir uns auch mal gleich. Bevor der irgendwas machen kann. So, da drüben müssen wir rüber. Da in die Tür rein. Ja, wie kommen wir da am besten hin? Wir müssen ganz... Das Problem ist der Zaun davor. Das heißt, wir müssen ganz außen rum. Und da sind mir zu viele Wachen. Die kann ich nicht alle unbemerkt ausschalten. Außer vielleicht mit Assassinsignalen. Aber die will ich mir eventuell noch aufheben. Für schwierige Stellen im Spiel. So, ich muss auf jeden Fall noch irgendwie nach unten. Das merke ich. Ich muss bloß aufpassen, dass mich keiner sieht unten. Ich muss da in die Tür. Und zack. Und häp, häp, häp. Kurz rüber ein Stück. Und da rauf. So, der sieht mich noch nicht. Gut. Ich packe schon mal die Armbrust aus. Okay. Den da hätte ich mir gerne noch sicherheitshalber geholt vorher. Zack. So. Und jetzt muss ich nur noch da rüber kommen und entdeckt. Dann ist alles geschafft. Dann ist auch schon alles geschafft. So. Irgendwelche Wachen in der Nähe. Die drei da. Da kommt noch eine einzelne. Ich habe ja... Ich überlege, ob ich nicht einfach den... Guck, die dreht wieder um. Und die gehen auch gerade. Perfekt. Da hat sich der Fallschirm doch mal gelohnt. Guten Tag, Rodrigo. Guten Tag, Cesare. Wir haben den Schlüssel ja von Lucretias Lipa, aber na, das hättet ihr nicht gedacht. So, jetzt einen Weg in den oberen Speisesaal finden. Hier ist niemand. Immer ein bisschen aufpassen. Ich verstehe das nicht. Ich hatte eine frische Ladung Cantarella bestellt. Es tut mir so leid, Signora. Der Papst hat es an sich genommen. Wo ist der Papst? Er trifft Cesare. Komisch. Er sagte mir nicht, dass Cesare zurückkehrt. Lucretia. Dieses Mädchen macht nichts als Erder. Er ist nur beim Stahldienst geblieben. Was für eine Familie der Papst hat. Das stimmt allerdings. Das habe ich mir auch schon mal gedacht. So, alter. Okay, ich muss irgendwie da hochkommen. Da sieht gut aus. Ja, ja, der arme Koch, der kann einem leid tun, ne? Bei Lucretia. Ach, mein Gott. Wo geht es denn hier hoch? Hä? Ich sehe gerade keinen Aufstieg. Das ist das Problem. Das Ding vielleicht? Ne. Das Problem ist, da komme ich ja fast hoch. Das dürfte auch keinen Aufstieg. Meine Güte. Muss der hier irgendwo einen Aufstieg geben? Kann ich an der Tür klettern? Ne. Jetzt geht das schon wieder los. Alter, ich wollte da an der Mauer eventuell hochklettern. Komm, kletter hoch. Hallo? Danke, dass du das auch noch tust heute. Ne, das will er nicht. Das heißt, das ist es auch nicht. So, hier haben wir noch Fässer. Na gut, aber hier bringt es nichts hochzuklettern. So, hier ist der einzige Punkt, wo man richtig hochklettern kann. Aber dann komme ich nicht weiter. Dann gibt es hier keinen Weg. Ja, darüber wollte er gerade nicht. Ach, das ist immer schlimm. Wenn er dann nicht rüberspringt, denkt man, ja, der wollte gar nicht darüber. So. Und zack. Nein, das war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich erst mal gucken, wo ich lang muss. Na gut, aber jetzt wissen wir ja, wo lang. Ist ja schon mal was. Einfach weiter nach rechts. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. So, jetzt bestimmt weiter genau. Einfach weiter nach oben. Erst mal einen riesigen Umweg gehen. Mach ich auch immer so. Aber ich meine, ja gut, die haben uns leider keine einfachere Klettermöglichkeit hingestellt. Dass sie uns überhaupt eine hingestellt haben, ist ja schon nett genug. So. Und jetzt? Auf der anderen Seite wieder runter. Das ist auch ein bisschen gemein, muss ich sagen. Darauf muss man auch erst mal kommen. So, jetzt da oben lang. Da oben lang, bitte. Danke. Einmal rüber. Und zack. Damit wären wir im oberen Speisesaal gleich. Jetzt müssten wir ja gleich oben sein. Ach, komm schon. Mach keinen Stress hier. Okay. Okay. Gut. Jetzt wird's langsam wieder ein bisschen tricky, weil jetzt dürften wieder Wachen auftauchen. Auf jeden Fall bewegt sich da sogar eine. Huiuiui. Das war knapp. Der hat mich beinahe gesehen. Erst mal sicherheitshalber gucken. Da rechts kann keine sein. Hoppala. Warum dreht er sich um? Gut, ich warte, bis er hier vorbeikommt. Sicher ist sicher. Jetzt gehe ich lieber voll auf Nummer sicher. Nicht, dass mich wieder sowas wie beim letzten Mal, als wir hier eingedrungen sind und nicht entdeckt werden sollten, überrascht. Tja, Freundchen. Dass sie noch nicht auf Geräusche reagieren, ist auch ein bisschen schade. Das könnten sie vielleicht auch mal machen in einem zukünftigen Assassin's Creed. Dass sie auf Geräusche reagieren, die Wachen. So, hier sieht ihn auch auf jeden Fall keiner. Das ist der große Vorteil. Ach, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Hier waren wir doch schon mal. Wir müssen auf jeden Fall nach rechts. Okay, unten bewegen sich keine. Also hoch. Es sind so wenig Wachen, das wundert mich. Was, was, hallo? Da geht's nicht nach unten. Da brauchst du nicht nach unten gucken. Okay, hier weiter. Rodrigo, Cesare, wo seid ihr? Da oben ist eine. Zack. So, dann werden wir auch gleich sehen, ob da oben noch eine ist. Sieht nicht so aus. Wichtigere Frage ist erstmal, unten noch eine. Ah, Moment, da ist noch eine. Uiuiui, das war knapp. Der hat mich fast gesehen. Da war das blöde Geländer im Weg. Mist, das Geländer ist im Weg. Verdammt, das schaffe ich nicht, da ist das Geländer einfach im Weg. Das kann man vergessen. Du kannst ihn abvisieren jetzt. Okay, das Problem ist jetzt natürlich, dass er mich dann sehen wird, wenn ich herumklettere. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, muss ich sagen. Das meine ich auch noch gar nicht weiß, wo ich langklettern soll. Geht's auch nicht lang? Ich halte mal sicherheitshalber die Armbrust. Wo guckt der denn hin? Ich sehe ihn gar nicht. Kann ich hier an den Bücherregalen hochklettern? Ja, kann ich. Ganz ruhig, Ezio. Uh, ich kann hier hoch. Geil. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn so blöderweise nicht. Das gefällt mir. Ah, da hinten ist er. Okay. Der guckt gar nicht zu mir. Das ist natürlich perfekt. So. Freundchen, sag Adieu zum Leben. Ach, du bewachst ein Fenster. Ist ja auch schön. Gut. Wieder ein Stück weiter eingedrungen in die Engelsburg. Hier hättet ihr unbedingt mehr Wachen aufstellen müssen. Wisst ihr das? Ich will erst mal gucken, ob hier jemand ist. Da drüben ist nämlich auf jeden Fall einer. So. Frage ist, jetzt muss ich irgendwo da rechts hoch. Boah, wo haben die hier einen verdammten Speisesaal, Leute, ey? Wo zum Geier sind die ganzen Wachen, die mir angezeigt werden? Sicher, sicher. Da drüben ist nur einer, aber die kann mich mal kreuzweise. So, und hier drüben ist nur da ganz oben noch eine, auf die wir aufpassen müssen. Also hoch da erst mal. Und zack. Wir sind fast da, Rodrigo und Cesare. Ah, cool, das war's schon. Was ist hier geschehen? Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Geld! Meine Truppen! Fort! Wir alle kennen finanzielle Nöte. Auch die mit einem Heer. Habt ihr vor, mir Geld zu geben? Nein. Hab ich nicht. Dann nehme ich den Edensplitter, um zu kriegen, was ich will. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das glaubst du mir eindeutig zu verstehen. Bist du dir im Klaren, dass der Baron de Valois tot ist? Nein. Habt ihr... Welchen Grund könnte ich haben, ihn töten zu lassen? Hat er sich gegen mich verschworen? Mit meinem brillanten, treulosen Generalaugmann? Das muss ich mir nicht anhören! Die Assassinen ermordeten ihn. Warum hieltet ihr sie nicht auf? Als könnte ich! Es war nicht meine Entscheidung, Monteregioni anzugreifen. Es war deine! Es ist höchste Zeit, dass du Verantwortung für deine Taten übernimmst. Meine Leistungen! Trotz der ständigen Einmischung von Narren wie euch! Du gehst nirgendwo hin. Ich habe den Edensplitter. Geht mir aus dem Weg, alter Mann. Ich gab dir alles. Und doch ist das nie genug. Cesare! Er will dich vergiften! Du hörst ja nicht auf die Vernunft. Vater! Erkennt ihr denn nicht? Ich habe die Kontrolle! Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich! Und will ich euren Tod! Sterbt ihr! Wo ist der Edensplitter? Halt! Ich weiß, wo er ist! Und du sagtest mir nicht, dass er ihn hat! Cesare, ich bin's. Deine Königin. Du bist meine Schwester. Mehr nicht. Wo ist der? Du hast mich nie geliebt? Wo ist der Apfel? Sag es! Tja! Sag es mir! Schneller als Cesare, den Apfel erreichen niemanden töten. Oha. Da hat sich die ganze Familie jetzt auf einmal... Ich komme durch das Fenster. Ich will den Apfel! Da hat sich die gesamte Familie jetzt auf einmal überworfen. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Ach, die armen, Kretz. Gib mir den Apfel! Er gehört mir! Nicht dir! Ich will den Apfel! Wer ist denn das? Der da? Verdammt, das sind zu viele. Ich sollte vielleicht erst da rechts ran. Ganz ruhig bleiben. Nur Kretzer, ich hole ihn mir. Gib mir den Apfel! Er gehört mir! Nicht dir! Ich will den Apfel! Ganz ruhig bleiben, ey. Cesare, mach mal einen ruhigen, ey. Ach, verdammt, niemanden töten. Stimmt, ich hab's vergessen. Gib mir den Apfel! Er gehört mir! Jetzt ist es zu spät. Ich will den Apfel! Dann kann ich jetzt auch dich noch töten. So, auf zum Edenapfel. Leute, 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 bleibt mal ruhig. Tue ich dir weh. Gib mir den Apfel! Er gehört mir! Nicht dir! Ich hätte einfach an der Seite langklettern sollen. Das hätte gereicht. Aber ich hab vergessen, dass ich an jemanden töten darf. Ich dachte, ich bin immer noch bei unentdeckt. So, Cesare, da bin ich. Hallöchen! Weiche Entscheidung, kleine Schwester. Rodrigo scheint tot. Requiescat in pace. Ich weiß. Ich weiß, wo der Bastard hin will. San Pietro. Der Pavillon im Innenhof. Habtank. Beeilen wir uns. Schnell, 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 schnell. Die Burg durch den Vordereingang verlassen. Na gut. Können jetzt nicht auf irgendwelche Wachen auf... Äh, Rücksicht nehmen. Wir müssen uns jetzt einfach beeilen. Bevor Cesare an den Apfel kommt. So, darunter. Ach nein, jetzt sagt man nicht. Geht doch. Verdammt. Um dich kümmere ich mich. Später. Mist, Mist, Mist. Was jetzt? Natürlich ist da was offen. Wie könnte es auch nicht, ne? Aber wo lang klettern? Wo lang klettern? Ich muss erst mal... Verdammt. Wie soll ich da hochkommen? Ich muss irgendwie auf den Balken. Dafür muss ich auf die ganzen Balken hier kommen. Auf das Teil. Hier hoch. Zack. Perfekt. Und jetzt hier lang. Okay. Perfekt. Vielleicht können wir ihn noch einholen, wenn wir uns beeilen. Du gehst mir jetzt mal aus dem Weg. Ich habe jetzt eh schon Leute getötet, von daher ist es mir ziemlich Wurst. Ich muss an den Apfel. Das ist wichtiger. Ach, die Kiste interessiert mich jetzt auch nicht. Ich brauche den Apfel, verdammt. Da ist Cesare. Hm, was wollt ihr von mir? Ich muss Cesare hinterher, ja. Okay, da vorne raus. Da scheint es schneller zu gehen, als den Weg, den Cesare nimmt. Aber er kann ja auch... Er hat ja auch im Gegensatz zu mir... Kein Todessprung. Mit Tricks entkommen. Ja, super. Auf geht's. Auf geht's. Den Edenapfel holen. Ach, warum bist du schneller als ich? Du hast eine viel stärkere Rüstung an. Was tut ihr dann, wenn ihr... Beeilung, da ist der... Wir verlieren die... Boah, verdammt. Wie viele gibt's von euch? Nein. Leg dich nicht mit dem Gesetz an. Ja? Tue ich nicht. Zack, gut. Danke, dass du da weg bist. Beeilung. Lasst mich in Ruhe, Leute. Habe ich mal sicherheitshalber den Fallschirm ausgepackt. Oh, Borja-Banner. Hallo. Sind wir aber auch gleich da. Lasst mich mal alle in Ruhe hier. Ich hab grad keine Zeit für euch. Ich hab grad überhaupt keine Zeit für euch. Ich brauch den Edenapfel, verdammt. Ich seh schon, wir haben übelst überzogen, Leute. Oh, ist ja egal. Wir wollen uns jetzt den Edenapfel noch. Das ist jetzt viel wichtiger. Als wenn ich überziehe. Und tschüss. Da vorne ist übrigens das Romulus-Grab, seh ich gerade. Aber das ist jetzt unwichtig. Wir brauchen jetzt als erstes den Apfel. Hier drin soll er sein. Okay, jetzt muss ich nur noch die Typen töten. Durch den Geruch von gerösteten Kriminellen. Ja, ja, komm her. Gut, jetzt hätte ich sowieso welche getötet. Naja, was ist das? Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Natürlich nicht. Ach, dann kommt mal her, Leute. Schnell. Oder gebt auf, eins von beiden. Aber könnt ihr mal aufhören, mich zu verfolgen? Das wäre echt nett. Gut. So, jetzt müssen wir den Apfel finden. Scheint hier drin zu sein. Da haben wir ihn. Den Eden-Apfel. Super. Ja, das Gifft scheint doch zu wirken. Uiuiui. Der Apfel hat Macht. Wache! Wache! Gut. Mit dem Eden-Splitter aus dem Vatikan entkommen. Warum keine Gesundheit verlieren? Das probiere ich. Aber es wird extrem schwer. Das weiß ich schon. Okay, wir müssen entkommen. Mit dem Apfel. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ich kann blöder, weil... Ach ja, stimmt. Ich kann, wenn ich den Apfel habe, nichts anderes auswählen. Das ist das Nervige. So, ich muss irgendwie hier raus. So, wie sind wir damals gelaufen? Es gab hier irgendwo einen Todessprungabgang. Das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Hier sind wir damals mit unserem Onkel langgelaufen. Stimmt's? Nein, hier war es nicht. Ist auch egal. Dann war das eben nicht die Gasse. Oder doch, das könnte die Gasse gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Es sieht alles so anders aus seit dem letzten Mal. Verdammt, verdammt, verdammt. Irgendwo hier gab es einen Absprungpunkt. Da drüben ist auf jeden Fall Wasser. Da können sie uns nicht folgen. Ach Mist, da komme ich ja nicht hoch. Da komme ich, glaube ich, nicht hoch, oder? Ich weiß es nicht. Nee, da komme ich nicht hoch. Das kannst du vergessen. Ich muss irgendwie anders entkommen. Aber die Gegend aus absehbarer Zeit zu meiden. Da ist er. Ei, ei, ei. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe, Leute. Huch, ein Heiliger. Äh, ein geistlicher. Ein Heiliger, genau. Alter, warum ist der schneller als ich? Der hat eine viel fettere Rüstung. Hier drüben ist Wasser. Hier können wir entkommen. Tschüss, Freunde. Macht's gut, Leute. Ach Mist, noch nicht. Ich laufe noch ein bisschen weiter. Folgt mir noch ein bisschen. So, hier mache ich jetzt aber runter. Und zack. Das war's für euch. Ihr kriegt nämlich nie wieder. Hier bin ich gleich weg. Super. Gut, wir haben den Edenapfel. Rodrigo ist tot. Cesare schwer verwundet. Nämlich vergiftet. Wir sind im August 1503. Perfekt. Es hat all... Äh, wir müssen nur noch Cesare endgültig eliminieren. Und wir haben's geschafft. Rodrigo Borja ist tot. Und Cesare? Vergiftet. Verwältet. Wir dürfen nicht zulassen, dass er seine übrigen Anhänger sammelt. Die nächsten Wochen entscheiden. Mit eurer Hilfe werde ich ihn finden und töten. Meine Männer überwachen die Stadt. Doch brauchen wir ein Heer. Wir haben eins. Ja, gut, und wie wird Cesare's römische Armeen vernichten, damit er keine Unterstützung für einen Gegenangriff findet. Das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed. Waddle it. Bis dahin. Ciao. Waddle it. Waddle it. Vielen Dank.